Also ganz wesentliche Säulen für diese Gesundheitsversorgung, die den Menschen im Land wichtig ist und die für die Menschen im Land wichtig ist. Und warum hole ich das jetzt so aus? Weil ich denke, dass viele Diskussionen, die wir regelmäßig hier im Hohen Haus gerade zu diesem Thema führen, gerade zuletzt durfte ich mich mit der Kollegin Bama wieder sehr intensiv austauschen, weil man auch merkt, da ist die Emotion da, da wissen auch wir alle, wie wichtig das eigentlich ist. Und hier haben wir in Oberösterreich eine Verantwortung, hier haben wir in Oberösterreich auch Möglichkeiten. Und darum muss ich jetzt an dieser Stelle einfach auch festhalten, dass es für mich etwas befremdlich ist, wenn der Abgeordnete Eigner in einer Pressekonferenz am Montag den Landtag als Kindergeburtstag bezeichnet. Ich glaube, diese Verniedlichung haben wir uns als Landesparlament tatsächlich nicht verdient. Es ist bei weitem nicht angebracht und möchte, dass wir gesagt haben. Und vielleicht hat der Abgeordnete Eigner ja heute noch einmal Gelegenheit, über die Wertigkeit des Landtags aus seiner Sicht zu sprechen. Danke, Herr Präsident. Nachdem die fachliche Diskussion und Debatte offensichtlich abgeschlossen ist, möchte ich ganz kurz replizieren. Herr Dritter Landtagspräsident, bin da auf dich. Es freut mich zum einen, dass du unsere Pressekonferenz offensichtlich bis zum Ende verfolgt hast am Montag, die doch eine Stunde gedauert hat. Es war nämlich meine Antwort auf die letzte Frage der Presse. Und da bin ich gefragt worden, warum ich in Betracht ziehe, den oberösterreichischen Landtag zu verlassen und in den Nationalrat nach Wien zu wechseln. Da habe ich gesagt, im Vergleich dazu, was es für die Menschen in Österreich zu tun gilt und gibt, ist das, was wir im oberösterreichischen Landtag machen, vergleichbar mit einem Kindergeburtstag. Das würde jetzt die Oberösterreicher im Landtag wehtun, aber im Vergleich zu dem, was es für die Menschen in Österreich zu tun gibt und zu tun gilt, ist ein Landtag ein Kindergeburtstag. Wir beschließen dort Dinge, die nicht unwichtig sind, aber vielleicht nicht auf Landesebene stattfinden müssen. Wir diskutieren über ein Feuerwehrgesetz, ein oberösterreichisches, das kann man vielleicht österreichweit regeln, über ein Hundehaltegesetz, das jetzt beschlossen wird, ein neues, über ein Katastrophenschutzgesetz, alles ganz, ganz wichtige Themen. Die Frage ist, muss ich für das ein Landesparlament beschäftigen? Wir machen da herinnen zwar sehr wichtige Entscheidungen, wo sich aber die Frage stellt, ob die auf Landesebene geregelt werden müssen oder nicht auch auf Bundesebene geregelt werden können. Und wenn wir was machen von innenpolitischer Bedeutung oder europaweiter Bedeutung, dann kann ein Landtag eine Resolution an den Bund schicken und somit wiederum den Bund und die Bundesregierung und das Bundesparlament damit beschäftigen. Was ich aber da herinnen sicher nicht als Kindergeburtstag empfinde, das ist, wenn ein dritter Landtagspräsident im Zuge der Impfpflicht fordert, dass man darüber nachdenkt, dass ungeimpfte Menschen 14 Tage arrestiert werden. Also das ist kein Kindergeburtstag und in diesem Sinne hast du recht gehabt. Danke.